Ohne Scheiße, ich habe noch nie was gewonnen. Ich fette mir jetzt ein. Der hat nicht gewonnen. Schlümpfe! Oh nein! Nein! Das 19-Sekunden-Spiel startet jetzt. Okay, jetzt geht's los. Uwe Kamps. Sippel. Sommer. Stindl. Ter Stegen. Darmes. Heimerod. Stranzl. Löhe. Pahi. Oh, der war gut. Den wollte ich gerade sagen. Stranzl. Scheiße! Heizzehle! Pietro Lombardi. Alexander Klafs. Meno Wien. Keiner. Der hat nicht gewonnen. Ich hätte jetzt den Mark Mettlock noch gehabt. Ah ja, Mark Mettlock. Der war im Tunnelcamp noch. Aber dann wird es schwer. Wie heißen die alle? Der hat dieser Rafusi gewonnen. So ein kleiner Schweizer hat noch gewonnen. Das war klar, dass der die Punkte wieder einfällt. Das ist so eine Kurzfrage. Am besten noch irgendetwas anderes. DSDS gegen mich. Ich wollte das wirklich ausstrahlen. Wie wäre der Kader vom FC? Mark Uth. Hector. Horn. Skiri. Schwäbe. Lampalle. Hübers. Hussein Basic. Kilian. Selke. Hector. Meiner. Benno Schmitz. Hector hat er zweimal gesagt. Das war ja viel zu spät. Ja, aber das ist ja. Darf er nicht. Das Hector haben wir schon gehabt. Das kommt jetzt drei Runde später. Die Regeln sind die Regeln. Die Regeln sind die Regeln. Die Regeln sind die Regeln. Das Meer. Himmel. Ja. KSC. Hoffenheim. Ich bin überfragt. Was ist blau? Alles auf der Welt. Schalke. Blau, Mann. Ah ja, kann man sich verloren. Ha. Schlümpfe. Oh nein. Maun. Papa Schlumpf. 2-2? Ah ja. Die Anti-Fußball-Frage. Aber jetzt keine Fußball-Frage. Ich weiß schon. Bitburger. Kölsch. Tiske. Alt. Ähm. Boah, ich kenne die alle. Ähm. Klux. Bex. Ähm. Krombacher. Radeberger. Ähm. Paulaner. Heineken. Alter, Alter. Ähm. Paulaner. Boah, das ist im besten Spiel gegen den Nichts gewinnen. Das kann man aufstrahlen. Das ist meinem Schwiegervater peinlich. Oh ja. Klux kennt er nur, weil es bei Flaschenpost im Angebot ist. Das kennt kein Menschen. Hamilton. Verstappen. Ähm. Michael Schumacher. Senna. Sebastian Vettl. Ähm. Alonso. Nico Rosberg. Häckinen. Ähm. David Coulthard. Ja. Coulthard war kein Weltmeister. Oh, wie steht es? 4-4? 3-3? 3-3. Ja. Es geht bis zum 10. Spiel wieder. Ich weiß, was ich brauche. Was ich brauche. Neuer. Gamer. Weidenfeller. Zieler. Mertesacker. Höwedes. Hummels. Boateng. Özil. Großkreuz. Erik Durm. Podolski. Schürrle. Matze Ginter. Götze. Klose. Ähm. Jogilew. Jogilew. Töne. 4-3. Tipsen. Ich fange an. Äpfel. Tannenzapfen. Birnen. Kirschen. Blätter. Mandarinen. Äste. Äh... Orangen. Zitronen. Vogelbeeren. Dann hier auf den Baum. So, wachsen Vogelbeeren am Baum. Das ist eine Pflanze. Google mal, wachsen Vogelbeeren am Baum. Die Vogelbeeren ist ein recht anspruchsloser Baum. Der ist immer so knapp. Wer fängt an? Jetzt brauchen wir eine gute Frage. Zippel, Achtung, geht los. Oh, nee. Okay, fang an. Mütze, Trikots, Schal, Gläser, Hose, Stutzen, Bierglas, Trainingsjacke, Babyanzüge, Toaster, Schnuller, Kartenspiel, Schnapsgläser, Bieröffner, Schachbrett, Jünterkuscheltier. Mein erster Sieg in diesem Monat. Also, Fohlenjob da bin ich Experte. Kann ich anfangen, oder? Nach meiner Karriere. Haben wir doch was für mich. Hallo liebe Zuschauer. Wenn euch diese Folge Spaß gemacht hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein. Abo da und wir sehen uns wieder. Bis bald. ARD�� ARD�� ARDť